Oh! Wir haben eine Giererhöhung. Wir haben mehr Energie. Mehr maximal, wenn wir kommen. Wir haben eine Giererhöhung. Wir haben mehr Energie. Mehr maximal, wenn wir kommen. Was haben wir hier im Straßenschutz? Oh, Energie. Sehr schön. Wo sind wir jetzt? Hier. Wir brauchen die gründe Batterie. Gründe Batterie. Jetzt brauchen wir gleich da drüben. Nicht allzu schwer. Okay, dann brauchen wir das grüne Ding von unten. Wie von unten. Wenn der Gierer übernimmt. Okay, das ist heute noch einmal. Er ist noch einmal. Let's go! Holy shit! Da müssen wir rüber! Verdammt. Der Knopf. Die Bitte muss zurück. Verstehen. Energie könnt ihr auch gebrauchen. Nicht mehr da drüben mitnehmen können. Ok, jetzt müssen wir da rüber. Irgendwie. Aber wie. Irgendwie ist es aber wie. Hier können wir das da einsetzen. Ah ja. 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 Das war zu knab. Ja. 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 Ausreichend. Du musst aufpassen, was wir tun. Jetzt genau da brauchen wir was. Und du bist geliefert. Du bist geliefert. Du bist geliefert. Und wenn wir ihn bekommen, ein anderes Schmerz geben. Oder mir wiederum. Es ist nicht wichtig. Es ist egal. Das ist nicht wahr. Du bist. Du bist! Geh es in der Hand. Und wie soll das jetzt gehen? Was sollen wir hier machen? Du bist geliefert. Du bist geliefert. Du bist geliefert. Du bist geliefert. Was ist das? Was ist das Ritzes-Luzon? Was machen wir? Es scheint, dass das alles ist, Piper. Vielleicht auch. Okay. Ich habe genug dieses Schmerz-Luzon. Wir verstehen. Du bist geliefert. Es ist ein schmerz. Du kannst es weg presentieren. Das ist raus. Du kannst den Gliedern. Denkst du bist. Da ist es einfach zu sein. Không crate. Das war die Böger. Wir vertreiben die Albträumung mit Gesang. Fantastisch. Ein Vogel, der singen kann. Was für eine Überraschung. Okay, ein Autoradio. Oha. Das ist ungünstig. Oha. Oha. Ist das nicht wahr? Ich denke, die Nachtmacht beginnt, um zu kratzen. Lass uns ihn holen! Ich denke, du bist richtig. Lass uns das anzielen. Du bist falsch! Schade muss alles anzupassen! Ich glaube, das sieht ja mal gerade gar nichts. Das könnte ein Rinch gegen Backlwesen sein. Rinch Backlwesen. Wie können wir ihn verletzen? Okay, das ist gut, dass der da hinten wirft. Schöner Ditch. Ich glaube, das soll nicht so. Ausrechnen. Verdammt. Was können wir gegen ihn tun? Das sieht uns lustig aus. Nichts macht's. Okay, er ist noch ausrechnen, würde ich sagen. Oh, jetzt können wir draufhauen. Sehr schön. Jetzt musst du ausnutzen, dass wir den Backlwesen haben. Gehen. Okay. Sehr schön. Kurze Ausruhpause. Also. Mich treffen lassen. Und ausweichen. Verdammt. Das ist schlecht. Man kann es schaffen auszuweichen, dann kann er sich treffen lassen. Fingern entspannen. Ach, Dreck. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder angreifen können. Denk nicht, dass der Bad wieder vorkommt. Das war ganz so schön. Oh, ja, sehr schön. Hier den Bosskampf verpackt. Gut für uns. Hier wird der Bosskampf leichter für uns. Nein. Ah, als ob das schon gezählt hat. Na komm, ja. Verdammt. Jetzt ausweichen. Ausweichen! Ach, komm. Come on. Das ist arg fies. Wir hatten den schon einmal. Wir hatten den Ball. Wenigstens wird bei uns noch so Spaß hier. Das macht den Bosskampf um einiges leichter. Jetzt hier ein paar Konzentrationen. Konzentration. Konzentration. Und ausweichen. Und drauf hauen. Das war schon sehr gut. Was? Das war schon mal. Das war schon mal. Wir hatten auch noch mal. Wir hatten die Ball. Wir hatten die Ball. und ausweichen ausweichen Ausweichen, 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 ausweichen. Und draufhauen, 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 draufhauen. Ah ja, hätte besser und... Rätten. Er macht den Übung. Das war knapp. Ausbrechen. Ich bin noch blöd. Das wäre schon fast gewesen. Dann lehne ich mal. Ich hoffe, der Boss kommt zählte dann wenigstens, wenn wir uns siegetan haben. Wenn wir uns anerkannt haben, dann ist das Bugs. Und ausweichen. Ach komm! Ausweichen gehen müssen wir. Das wird frustrieren, wenn wir das jetzt verlieren. Nein! Ich bin zu blöd im Ausweichen. Das ist nicht mein Bosskampf. Da habe ich schon einen unfairen Vorteil und dann schaffe ich das dabei nicht. Oh! Ein Beitrag, der mir hilft. Na komm! Warten wir! Noch eine Runde! Ach komm! Mit einem Schlag! Weißt du! Ja, der Mistkampf müsste eigentlich schwieriger sein. Ähm... Ich werde noch sterben hier. So wenig Energie. Bitte nicht. Nicht so weit am Ende. Ein bisschen Konzentration. Nein, 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 nein. So ein Dreck. Wir hatten ihn schon. Ach komm. Alles nochmal von Anfang. Am Arsch, Mann, Alter. Das ist doch wirklich heilig. Trist des Bugs verlieren. Das ist wirklich übel. Und ausweichen, 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 ausweichen. Hinten können wir treffen. Mit wenigstens für Schaden. Ich denke, diesmal machen wir das. Und jetzt geht nichts weg. Ach komm schon. Ich muss den aus... Ausgleich in der Mitte. Mitten reinrollen. Ich muss ja nicht mal richtig ausweichen. Ich muss ja nur... Ungefähr nicht, an dem wir uns sehen, wo der Rapp ist. Ist ja schon... Das war sehr gut. Und nächstes Mal haben wir ihn. Und dann. Oh nein. Und ausweichen. Sehr schön. Und drauf. Haben ihn. Da braucht ihr auch Zeit. Er tut sein Tag vor. Kein weiter Ruhig, Freund. Ja, scheint mir zu Ende zu erreichen. Komm, ein Ende zu mir, wenn du musst. Aber dein preisster Buch wird auch in Oblivion fallen. Und deine Reise wird in Weinen. In der Zeit, immer gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. All that book holds is faded pictures from the past. I'm the mind's courage. I don't need it any more. Sleep tight, Nightmare. Schau den, Dr. Dread. Oh, no, Dusty, your scrapbook. Sammelt Atom. Let's go. I'm more worried about the mind. What do you mean? The Nightmare are gone, but all of this was not caused by a usual scare. It must have been a huge trauma. You think the mind will get over it? I don't know. The mind doesn't really seem tuned to big challenges anymore. I think we need to go reminded. What? You mean talk to the conscious mind? Yeah. That's the best story. We need to go to the Niners. I don't need to go. With the big battle. Oh, yeah. This Endgame. Wir müssen mit uns den Verstand wehen. Der eigene Verstand ist immer das Endgame. Ich vermute auch, was hier passiert ist. Die ganzen Straßenschilder, die Endarena, die sah auch schon so aus. Das ist ein hässlicher Unfall. Es gibt wenigstens keine Atom-Spellen mehr, die uns hier aufhalten. Es gibt keine übermäßig Stammplätze. Oha, ich höre Sirene. Da oben, Dusty! Ich denke, das ist, was wir suchen. Ein Telefon. Ja. Hey, du! Mind! Ja. 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 Prost. Oha. Ja. Nein. Ja. Kein einer. I'm coming back to the surface Happy End Was ist der Wach? Seinen Albtraum-Gumma erwacht I need time to make it right So hold on and soon got to die Ich hoffe die Credits gehen hier nicht eine Stunde Ich denke mal nicht, das ist ein Clans in the game Es ist nicht leglos da aus, das ist kein guter zu sagen Ich muss mich auf meine eigene Obstakle und Kinnadroms Liege auf meinem Weg zurück nach Hause Ja, das war ein hübsches Spiel Es hat echt Spaß gemacht Drei Streams haben wir dafür gebraucht War noch drei Streams, ja echt noch drei Streams Rätsel, ja Da war ein Spannendes dabei Bosskämpfer Nicht schlecht Kein schlechtes Spiel Ich glaube ich nach oben dafür Ja, ich würde sagen Auf YouTube Da mich nach oben Sonst hätte ich gefallen haben Und das ist ein Abo da Neuerseits Bis nächstes Let's Play Nicht verpassen wollt Ja, Kommentar schreiben Glockenaktivieren Ihr wisst was ihr zu tun habt Und ja, schaut auf Twitch vorbei Da ist Stream ich rege, bis ich live Also das habt ihr noch einen angenehmen Fürstlichen Tag Auch so genau Zweck ja uns Tschau YouTube 왜� ich live Ich�isch finde Bist woolen Aber ich weiß compromere dich wieder Ein Spiel von Bad Tribal Digital Gaps. Bad Tribal Digital Gaps Jung, das war Ficament. Wir haben was durchgespielt.